Und da müssen wir bei uns anfangen, wir beiden, Kinder, Eltern und dann immer ein Stück weit. Und deshalb ist die Vielfalt der Christenheit auch eine große Chance, voneinander zu lernen. Wittenberg 2017 ist eine spirit-ledige Initiative von Menschen und der Kirchen im Körper von Christen. Wir haben die Follower von Jesus gesehen, die Reconciliationen und hostility zu uns. Wir haben seit sechs Jahren gearbeitet, in Europa und den USA zu den 500er Anniversaryen der Protestant Reformation. Wir glauben, dass dieses Anniversaryen ist in der Größe, weil es mehr als 2,000,000 Menschen, die heute leben. Wenn ich mich zu kennen, die Menschen, die Menschen, die Jesus lieben, dann sind wir. Das ist kein Problem. Reconciling Diversität, das bedeutet, dass alle die Unterschiede, die wirklich aus der Kreative Hand von Gott kommen. Dass der Holy Spirit nicht restriktiert zu meiner Kirche oder zu einer anderen Kirche. Die Reformation begann in meinem Land, Deutschland, in 1517. Die Traditionelle date für Reformation Day ist Oktober 31. Das bedeutet, Oktober 31, 2017, marks 500 Jahre der Division in der Western Church. Wenn wir nachdenken, von dem Tag, einen Tag für jeden Tag für jeden Jahr der Division, wir erreichen uns auf Juni 18, 2016. Wir propose, devoting the 500 days from June 18, 2016, to October 31, 2017, to prayer, fasting, and studying in order to prepare our hearts for God's purposes regarding this significant anniversary. So, it is important to ask, how should we prepare during the 500 days? What's on God's heart? What should followers of Jesus around the world be doing to approach this anniversary? Can a Catholic celebrate the Reformation? Do Protestants simply disregard their division for one day? Or should young people ignore this date as ancient history not really relevant to their lives? The history of the Reformation cannot be ignored. It is a history marred by hostility, contempt, anger, and even murder. It is a history of building walls that have separated the body of Christ. But walls should not stop us. Where there is a wall, there can be a door. Jesus said, I am the door. The walls have come down. We can see in the future a church without walls. You don't even notice what nation they come from anymore. It's that the genuineness of the fellowship together has overcome all these barriers of history. Jesus also taught the way of reconciliation. Reconciliation removes hostility and repairs the wounds caused by division throughout our history. We would like to invite followers of Jesus around the world to approach this 500th anniversary in a way of reconciliation. Starting on June 18th, we plan on launching a worldwide social media campaign to spread the word about Wittenberg 2017. You could most help us by making a donation that will enable us to reach as many people as possible with the message of Wittenberg 2017. We want to sincerely thank you for taking the time to watch this video and considering being part of this journey with us. We really are very grateful. Thank you so much. Pian Dac. Apoio Matej. Ue Balenyo. Asante Sana. Muchisimas gracias. Muito obrigado.